Sichern. Sichere die Unfallstelle und warne andere Verkehrsteilnehmer. Rufen, Notruf anfordern. Prüfen. Erkenne ich hier in den fehlenden Reaktionen an der Bewusstlosigkeit. Nimm den Helm mit einem Helfer vorsichtig ab. Nur ohne den Helm kannst du die Atmung prüfen. Prüfen. Erkenne eine regelmäßige Atmung durch die Atemkontrolle. Lagern. Leg die Person zu zweit und vorsichtig in die stabile Seitenlage. Sie könnte an der Wirbelsäule verletzt sein. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Temperaturregeln. Wärme hier die Person. Betreuen. Tröste und beruhige auch bei bewusstlosen Personen im Gespräch. Für genauere Informationen und weitere EH-Tutorials gehe auf erstehilfe.de Entschuldigt. Untertitelung auf bog угольliche Zeitungen. Entschuldigt. nd